Leute, heute sind wir zurück in eine fresh neue Folge, Scribble.io mit Benson, Scribble.io und 3 Logo und XXGambo HDXX. Okay, das ist 3 Wörter und 3 Wörter? Das ist ein Handy, jetzt hast du es ja verraten. Ne, 3 Buchstaben, sorry. Das ist ein Apple Tablet Tab. Was hat denn nur 3 Buchstaben? I, reich. 3, was? Hey, du hast es doch selbst noch nicht. Ach doch, Gambo, achso, Gambo malt. Ich dachte, Regina malt. Ne, 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 ne. Gambo ist der Maler, bumsebaler. Achso, da oben sehe ich ja die Buchstaben. I, Pat. Ich bin ein Macher, 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 Macher. Es ist krank. Es ist schwer zu malen, aber es ist auch krank schlecht gemalt. Benjamin, es ist ja obvious, was es ist. Jeder hat es schon erraten. Also, die können es nur nicht zuordnen. Ja, 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 ich weiß es. Ich weiß es. I, Leute. Oh, der gibt keine Punkte. Das gibt so. Das ist ja Quatsch. Was? Was habe ich falsch gemacht? Ne, ihr seid kacke, Leute. Ne, was ist das? IOS einfach. Oh mein Gott. Was ein schlimmes Wort. Das ist ja schrecklich. Aber es ist schwer zu malen, muss man fairerweise auch sagen, wirklich. Ja, es ist halt ein Betriebssystem, aber ... Ja, ich mache gerne ... Elfwörter. Ich kenne nicht mal Wörter mit elf Buchstaben. Ich sage dauernd elf Wörter. Ich bin auch schon so. Ich weiß auch nicht. Oh, Roboter, Störung, Schlafen, Sauer. Äh, äh ... Haps, safe call. Off. Passt auf. Und es macht genau ... Jetzt, bumm. Äh ... Heißer? Oh, unmächtig. Unmächtig. Oh, wie mache ich das jetzt noch? Ah, ja, ja, ich habe eine Idee. Uff. Uff. Es heißt Uff. Äh ... Boah, cool. YouTube oder was? Ähm ... Ehe mit einem kleinen G. Was ist ein kleines G? Geoguesser. Jesus schreibt Gambo. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass es eine Klimaanlage ist, wo er liegt. Er liegt im ... Kleine ... Das sind meine Zeichenskills am Ende. Er schlief ... Das erinnert mich so an YouTube. Er schläft irgendwie oder so. Und er sagt Uff. Er ist ge ... Was ist passiert? Ge ... Kriegen wir noch mehr Buchstaben? Es ist ein Zustand. Es ist so ein Zustand. Es ist so ge ... Geist ist gegenwärtig. Geist ist gegenwärtig. Aber es sind ein bisschen viele Buchstaben. Kamot. Weiß er nicht. Gelangweilt. Gelangweilt. Oh ... Also, ich wüsste jetzt auch nicht, was ich noch hätte da hinmachen können. Schwieriges Wort. Okay, das ist easy. Das ist easy. Okay, okay, okay. Das wird wirklich ... Oh, das sieht komisch aus. Oh ... Jetzt geht's wieder. Es ist ein Gesicht. Bau. Was denn? Bau. Er schreit. Ja! Was? Ich bin so stark. Ich habe die Power. Hä? Blonde Haare? Nein. Eine Monobraue? Warte da noch mal. Hallo! Gammbo. Aber Elina, wie hast du das raus? Elina reagiert auch, er checkt es auch nicht. Und dann hier nochmal. Mit L. Bam, bam, bam. Und dann ... Brauche ich jetzt was ganz Wichtiges. Fortnite. Das ist nämlich das hier. Thanks, shop. Bam. So, und das fülle ich jetzt mit dem hier. Und das fülle ich jetzt mit L. Ah ja, oh ja, Logo-Adress. Ah nee, zurück. Warte. So. Das ist irgendwas mit Auto, ja? Ja. Ähm ... Yes! Ja, Logo! Ich mache noch einen OP-Pfeil hin. Oh ja, der Pfeil macht das richtig OP. Ja, ja, ja. So, dann kommt ... Schneller als Gammbo, wichtig, 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 wichtig. Ja, Alarmserraten! Pfeile sind OP, aber eigentlich ... Es ist ... Es fing schwach an, aber es ist so stark geworden. Ja, dankeschön. Also, am Anfang dachte ich wirklich auch, es ist komplett geistesgegenwärtig. Aber am Ende war es dann gut. Ja, die Arme und ... und, äh, ja. Gammbo, du bist dran! Man darf keine Buchstaben benutzen, ne? Nee. Eigentlich nicht. Ich würde sagen, Pfeile sind erlaubt, aber Buchstaben ist ... Okay, ist das ein Mensch? Gammbo. Das sind zwei Wörter. Ähm ... Mit vier und fünf Buchstaben. Oh. Jetzt kommt hier eine Wand. Gaga Gaming. Das haut sogar von den Zahlen her hin. Von den Zahlen? Ja. Nee, es haut ... Geld, 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 Geld. Ähm ... Bank ... Bank? Bank? Nee. Okay. J ... J ... Jester. Ähm ... Oh, es ist eine Zahl. Ich dachte zuerst, wer macht das Amazon-Logo. Es ist eine ... Oh Gott. Hä? Das ist krass. Also das geht krachend. Gar keine Ahnung. Du kannst auch noch sieben Pfeile machen. Gammbo, es bringt alles nichts. Kann das irgend ... Ja, das ist das Amazon-Logo. Wie er kennt's. Danke. Ja, okay. Ja, okay. Nee, warte. Es ist ... Es ist ein Mensch. Das ist doch ... Ähm ... Zehner. Ähm ... Zweit ... X ... Ja, Pfeil. Ähm ... Jo ... Ho ... Jeff ... Es ist sogar wirklich das Amazon-Logo. Ich hab's auf Joke die ganze Zeit gesagt. Ich dachte, das wäre ein Pfeil. Ich hab's dir ... Ich dachte, das wäre ein Pfeil. Ich hab's dir ... Ich dachte, das wäre ein Pfeil. Boah. Aber wie soll ich den besser darstellen? Der hat halt eine Glatze, Digga. Ja, das ist ... Ich dachte, der heißt Jeffrey. Okay. Shit. Nee, 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 nee. Warte, warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. Ich mach's ein bisschen größer. Ich mach's ein bisschen größer. So. Ist ein Tisch. Nee. Oh. Okay. Oh, ist ein Schaf oder so. Oh mein Gott. Ist das Muggi? Äh ... Euter. Ja, das ist eine Kuh. Und dann das? Milch. Hä? Ich mach safe, richtig. Oh, ich dachte auch. Milchshake. M ... Milka ... Sehr schweres Wort. Ich kann das alles mitnehmen. Euter. Euter. Euter-Extrakt. Okay. Euter-Saft. Euter-Saft. Boah. Euter-Saft. 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 Pass auf, so, so, so und jetzt ein bisschen so, so und die kriegt auf jeden Fall das und das. Logo, der hat auch dran gedacht. Das, so, dann muss ich das jetzt hier. Meta-Gaming. So, dann brauche ich hier noch die Augen. Ups, das wird jetzt ein bisschen groß. Und dann hier eine Riesennase und dann brauche ich sowas hier. Aber tatsächlich. Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Ich habe mich schreit die ganze Zeit die gleiche Sache rein. So, aber sie hat hier was Wichtiges in ihrer Hand. Ähm, so. Oh, ich weiß nicht. Ich hab dich doch wieder. Ich hab dich doch. Dankeschön. Elida, ich hab dein Rücken. Dann, Dankeschön, Garbo. Break me out me, Ui. Das kann nicht sein. Ich habe dein Rücken, Ui. Ich werde mit so großem Abstand verlieren. Nein, das wirst du nicht. Ich sag dir auch, warum. Du musst drauf kommen. Ja, das ist eine Oma irgendwie. Ja, aber sie hat keine Zähne, muss ich sagen. Ey, nein, das ist Quatsch, Elina. Hör doch. Du sprichst mir auch nix. Ja, dann bist du dumm. Gebiss. Warum malst du deine ganze Oma? Ja, weil Oma ist doch immer... Warum ist das Gebiss schwarz? Ja, sie hat ja keine Zähne. Aber sie hat sie doch in der Hand. Achso, nee, die liegen da am Glas. Ah, jetzt raff ich sie. Ja, mehrere Gebisse hatte sie. Das war auch schwierig. Das andere war Schoß. Wie soll ich den Schoß malen? Das ist Gambo Gaming. Das kann nur Gambo sein. Oh, ich weiß was. Ja! Yes! Hä? Da sind wir am Start. Ja, das ist echt gut gemeint. Ja, ja, das ist wirklich gut gemeint. Ah, okay. Jawoll! Let's go! Das Problem ist, Gambo kriegt ja davon auch Punkte. Ja, ja, gönnig dir nicht. Ich bin anders am Durchstarten. Ich bin Dritter. Oh, was ist denn da los? Gambo holt richtig heftig auf. Ja, ja, ja. Wer malt, wer malt. Logo. Guck, gaga. Okay. Logo ist ein starker Maler. Habe ich, glaube ich, alles erraten. Oh! Oh, ich habe eine Idee. What? What? Alter! Ich habe doch gesagt, Logo kann gut malen. Yeah! Geil, 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 geil. Wichtige Punkte auf Gambo. Der braucht jetzt richtig lange. Der hat keine Scheiße. Junge, ich habe gerade mal 25 Punkte gemacht. Ja, Digga, ich kenne das eine Wort nicht mal. Ich hatte auch in meiner Auswahl Bronchiosaurus. Zikade, was ist das? Bronchiosaurus? Hätte ich erraten. Zikade, Zikade. Wie schreibt man das? Zikade. Ich habe nicht die Zikade genommen. Auto. Auto. Ah. Ah, Mann. Ah, schwierig. Ich brauche unbedingt einen Tipp. Oh, ich habe mich... Ich dachte, ich habe es. Ich auch. G in der Mitte. Das ist arschschwer. Oh, ich weiß... Nein, es ist falsch. Ben, wir haben verstanden. Das da unten ist dunkel. Ist okay. Das reicht doch jetzt. Benjamin, jetzt hör auf, das auszumalen. Hä? War da gar nichts. Boah, ich weiß nicht, wie ich das darstellen kann. Es ist auf alle Fälle dann was mit einer Leiter, oder? Aber Leiterwagen ist es nicht. Hä? Oh, Mann, scheiß mal. Analyseation, Nick. Oh, ich habe... Oh, ich dachte, ich kann damit nur eine Sache löschen. Ich hatte drei richtige Scheißwörter. Untergrund? Untergrund? Ich hatte so Kackwörter. Ich hatte Zikade, Zertifikat und Untergrund. Zertifikat, sehr geil. Da machst du so ein Siegel dran und fertig. Das hier erraten jetzt alle bitte, ansonsten bin ich traurig. Mal schon wieder da ohne Oma. Sieht einfach, ja, ja, es wird wieder so. So und so und der kriegt den jetzt auch noch Augenbrauen. Gebet. Bam, bam. Aber jetzt kommen die wichtigen, wichtigen Sachen. Man darf das nicht kommentieren, Edina. Ja, aber ich muss doch irgendwas sagen. Okay, dann halt jetzt die Schnauze. Ey, kommentieren ist doch viel lustiger. Wichtig, wichtig, besser als Gambo. Punkte, 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 Punkte. Und Gambo weiß es nicht. Er weiß es nicht. Punkte, Punkte. Jede Sekunde gibt Punkte, Punkte. Yeah. Wie er einfach rumtanzt. Ich habe gewonnen. Ich bin zweimal. Meinetwegen 10 Punkten, Digga. 20 Punkte. In einem Score von 1090. Leute, damit würde ich sagen, das war es mit der heutigen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da. Haut da rein. Tschüssi. Die Fraks sind am Start und alle gehen an. Es geht ab, ab, ab. Ja, die Fraks sind am Start und alle gehen an. Also jump, jump, jump. Fraks sind am Start und alle gehen an. Es geht ab, ab, ab.